Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schaltschrankbau TV. Heute haben wir euch wieder drei interessante neue Produkte aus der Welt des Schaltanlagenbaus mitgebracht. Und welche das sind, seht ihr im folgenden Trailer. Viel Spaß! In der heutigen Ausgabe zeigen wir euch zwei neue Kombi-Ableiter von denen, die neue Version der Planungssoftware HagerCard Expert von Hager, sowie den Energieverteiler Alpha 3200 Eco von Siemens. Den Shield ZP2 SGTT und den Shield ZPBasic 2 SGTT sind zwei Kombi-Ableiter. Sie vereinen die Grundanforderungen an den Überspannungsschutz nach den VDE 0100-443 und die Anforderungen der VDE ARN 4100 für den Einsatz im Vorzählerbereich. Sie schützen die gesamte elektrische Anlage bereits nah am Einspeisepunkt, bieten einen kompakten Blitzschutzpotenzialausgleich inklusive Endgeräteschutz. Neben dem Überspannungsschutz stellen Sie auch die Spannungsversorgung für den Raum, für Zusatzanwendungen und Abschlusspunkt Zählerplatz bereit. Sie erfüllen damit die Forderung nach Spannungsversorgung für das intelligente Messsystem aus dem netzseitigen Anschlussraum. Dank Click-on-Power kann komplett werkzeuglos montiert werden. Die Produktfamilie besteht aus insgesamt zwölf Geräten, für alle Netzsysteme mit und ohne Spannungsabgriff. Die sieben Module der aktuellen Version der Planungssoftware HagerCard Expert für Niederspannungshauptverteilung bis 1600 Ampere führen den Anwender durch alle Planungsschritte. Beim Erstellen ein- und altpoliger Stromabläufe errechnet das Programm die passende Schrankgröße inklusive Verlustleistungs- und Wärmeberechnung. Die Klemmepläne werden automatisch erzeugt und auf die Leitungsquerschnitte abgestimmt. Außerdem können direkt die Etiketten für die Verteiler- und Gerätebeschriftung erstellt werden. Die Visualisierung der Pläne erfolgt in 2D oder 3D, in Schwarz-Weiß oder Farbe. Zudem lassen sich die Pläne vergrößern, bearbeiten und in alle Richtungen drehen. Ist das Stücklistenprotokoll erstellt, kann die integrierte Kostenberechnung genutzt werden. Auch Dokumentationen, Bedienungsanleitungen und Prüsprotokolle sind hinterlegt. Alle Daten können in gängige CAD-Systeme wie AutoCAD, E-Plan, L-CAD, Simaris oder DDS exportiert werden und über die E-Team-6-Struktur lassen sich auch Fremdartikel importieren. Der Energieverteiler Alpha 3200 Eco von Siemens benötigt dank eines neuen Anlagenkonzepts ein Drittel weniger Kupfer. Er verfügt über eine Hauptsammelschiene, die im Mittelteil statt wie bisher im oberen und unteren Bereich des Energieverteilers liegt. So können Geräte direkt daran angeschlossen werden. Dafür waren bisher zusätzliche Verbindungsschienen aus Kupfer notwendig. Sowohl die Materialkosten als auch der Installationsaufwand reduzieren sich dadurch. Auch die zugehörigen Alpha-Einbausätze mit Schutz-, Schalt- und Messgeräten lassen sich flexibler einbauen. Dies bietet insgesamt mehr Platz für wichtige Funktionen, etwa zur Erfassung von Energiedaten und Schaltzuständen sowie zur Anbindung des Energieverteilers an digitale Gebäudemanagementsysteme. Ebenfalls neu ist ein Belüftungssystem mit zwei Kühlkreisläufen, das für eine gute Wärmeabfuhr und Stromausbeute sorgt. Das war's für heute bei Schaltschrankbau.tv. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über ein Like und abonniert unseren Kanal, um keine Neuheit aus der Welt des Schaltanlagenbaus mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal!